Das wird ganz normal wie letztes Training laufen, aber besorgt bitte, dass du enorm warm bist, weil es gibt kein Spiel danach. Ihr müsst euch warm machen für Training. Ich habe ein Mikrofon an, ich hätte gern, dass man mich als Herr Albertson tituliert. Los geht's! Wollte jemand eine Runde, sonst einpassen? Man darf das auch schnell machen, ja? Das wäre sehr in Ordnung mit ein bisschen Tempo. Ein bisschen mehr Stretching im Arm, dann haben du ein Unterarm-Handgelenk da. Na ja, dann ein bisschen mehr Pump. Dann gehen wir hoch hier, die kleine hier unten. Aber vollkommen Pump. Ja komm, Burm, Burm, Burm. Burmp, 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 Burmp. Es geht so langsam hier. Alte Frauen! Come on! Doch! Nicht alte Frauen, aber doch. Ihr seid nicht überhaupt faul, ihr seid vollkommen relaxed. Entspannt. Das macht ein Kreuz für dich. Burm, Stopp, 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 was macht ihr? Da fängt einer an ohne Ball, sie bekommt einen Ball. Die hat gekreuzt, hat dann keinen Ball. Und sie kann das nächste Mal werfen, oder? Okay. Ohne Ball. Jetzt hat Lea keinen Ball. Wer soll ein Kreuz haben? Du! Mach das Kreuz und ja! Jetzt hast du keinen Ball. Und komm, komm, mach mal ein Kreuz! Oh, Mann! Stopp, stopp, stopp! Ihr müsst werfen! Jetzt haben wir ein gutes Timing! Bisschen Tempo dran, ja? Kerstin, bist du bereit? Schön, gut gemacht! Gutes Timing! Versuch, den Tempo zu halten, den wir mit diesem guten Überblick. Gut, aber ja! Fokus gefällt mir! Ja! So schnell habe ich nie Mal in dem Leben gesehen! Okay! Marlin on fire! Der erste Bewegung, auch für Tabea und für Steffi an der anderen Seite, will ich gerne, dass ihr hier anfängt bei diesem falschen Einlauf. Wenn du hast diesen Zuspiel gemacht, nicht genießen! Weg! Bereit! Okay, was hast du gemacht? Ja! Dann schneller Zuspiel und dann, nein! Ich finde, hier ist eine bessere Wurfmöglichkeit als in der, weil dann kann die blitzen, dann können die alles machen. Muss gehen! Sehen die bereit? Weil Kehr kommt wahrscheinlich nicht jetzt, oder? Ja, und Spiel! Warum bist du nervös dort zu spielen? Weil wenn du Ball da bekommst, ist die Hülle für Abwehr los. So, du musst dich extrem bewegen, sodass du Ball bekommen kannst, weil das ist da, wo das weh tut. Die ganze Abwehr ist hier. Aber trotzdem spielen wir darüber. Vorbeifleigen, blaue Pflege, auch heute. Am Seite von Abwehr gehen, etwas holen, Daphne Zweimal hier, Kehr hier, vorbeifliegen. Und sie mag so, sie hat die Abwehr mit, dann kommst du so rein. Warum kommst du nicht in die Lücke rein? Gut, Kehr! Und das könnte wehtun, aber wenn man ein Tor mag, dann ist alles Happy Day! Sehr schön! Bravo! Dann direkt, 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 direkt! Yes! Ei, ei, ei! Das ist verdammt schade! Spielen, spielen! Und Mega-Platz! Yes! Mega-Platz wieder! Oh, Lea! Stopp, 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 stopp! Hier! Lea, Lea, warum läuft das? Nein, 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 nein! Läuft weg, 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 weg! Was passiert jetzt? Da haben wir Möglichkeiten. Aber wenn du hier reinläufst, kann Abwehr sagen, ah, super, dann bleiben wir hier. Dann hast du nur da, aber ich will die Möglichkeiten haben. Ja! Morgen geht's los. Das wäre das erste Finale bei diesen EM. Und wir sind ein Teil. Wie alle hier wissen, geht es das erste Mal um ein geiles Spiel zu machen. Kroatien nervös zu machen ins Spiel. Und dann schauen, was das uns bringt. Aber so ein Spiel, du darfst genau am Anfang alles anschalten. Voll Dampf, Ärger-Zeig für Torfrauen gibt's nicht morgen. Es gibt eine, das ist Fokus, Ball holen, schnell, schnelle Miete. Und dann maximal Power gegen die so machen. Ich habe so Erwartungen für Dampf morgen. Dampf! Reingehen! Also blauen Flecken, was ich kenne, ist ein Teil von Top Handball. So, wir wissen alle, um was geht morgen. Alles. Also, es kann nur diesen Spiel im Kopf gehen und dann voll. Und dann schauen wir nach, wie war das? Geiles Spiel. Viel Erfolg wünsche ich euch. Ich glaube, so waren dann, was ihr machen. Ich mag das 60 Minuten. Wie in einem Training hier. Da war auch ein bisschen Up-and-Down, aber wir bleiben dran. Wir haben den Fokus, was machen wir? Was machen wir? Wo geht's? Bis zum nächsten Mal. Bye.